Ich hoffe, dass die Viecher jetzt hier mir nicht unfreundlich werden bei Nacht. Ach du Scheiße. Ja, was? Holy shit! Fuck! Geh lieber nicht weiter runter. Gesundheitsstärkung. Ja, das brauch ich nicht. Holy shit, Alter. Da werden wir doch wieder irgendwie hochkommen, oder? Ja, keine Ahnung. Ja, eher noch. Feindliche Stifte lehren sich, kann das bei dir auch? Nein. Auf mich wird geschossen. Oh Gott! Und ich fliege gerade rein. Soll ich gleich wieder rauskommen, oder kommst du hierher? Wo? Ich muss was mal hier... Dieser scheiß Todesstern. Ruhe, ich muss das mal mit ab. Ja, warte, ich komm wieder raus. Ja, ich fliege da auch in den Todesstern. Bist du jetzt drin? Na gut, jetzt wurde ich aufgeschossen. Bist du rein? Bist du safe drin? Nein! Du musst an diesem runden Ding, dann geht es auf und du fliegst rein. Ja, ich fliege rein. Ja, das sieht aber alles hier nicht so freundlich aus irgendwie. Und warum schießen die auf uns? Alter, was sind das für Arschlöcher? Ich glaube, das ist hier ein anderes Volk. Priester Eni Tatnada. Was geht ab? 16. Ich bin jetzt hier nur mit in so einem komischen... 16. ...850 Nanithaufen wurden auf dein Konto eingezahlt. What? Sag mal. Ich hab mit dem Priester Eni Tatnada geredet und ihm meine Meilenstein-Ding übergeben. Meine, äh... Ja, der warst... Der erste Vogel, was ich da gesehen hab. Holy shit, alter. Ja, was soll man machen? Sag mal raus, oder was dann? Ja, ich starte mal. Ich starte schon auf. Ja. Warte mal. Ich weiß, ich verstehe das gar nicht. Ja, ich starte jetzt einfach mal, okay. Mal sehen, was passiert. Ich hab kritischen Schaden erlitten. Das sind Piraten, oder was? Ich hab einen zerstört. Alter. 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 Ich muss uns mal treffen. Ich bin tot, alter. Echt jetzt? Ja, und jetzt? Hä? Nee, das kann nicht sein, oder? Ich hab auch einen umgebracht. Äh, und jetzt, alter, ich hab... Hab ich noch alles, was ich hatte? Ich weiß es nicht, alter. Äh, ich muss jetzt nochmal... Ich... Hab... Ich bin jetzt hier wieder in irgendeiner Basis. Ja, in deiner Basis. Nein, in irgendeiner Raumschiffbasis. Ah, Raumstation. Ankunft zwei Tage. Ich komm zu dir hin. Ja, ich such grad, ist jetzt hier noch irgendwie Überreste von dir, oder? Ja, das guck ich auch gleich. Die Piraten sind auf jeden Fall weg. Pah, war das ein Stress. Da waren aber noch andere, die auch da drauf geschossen haben. Ich hab auch Raketen auf die geschossen, aber ich glaub, die ist nicht zielsuchend. Feindlich hast du Subrom-Scan entdeckt. Feindlicher Subrom hat wertvolle Fracht gefunden. Feindliche Schiffe nähern sich. Holy shit. Ich geh rein, in die Basis. Mann, lass sie gleich zerstören, die sind da nicht weg. Ja, toll. Ah, nicht aussteigen. Gleich wieder rein. Ja, die schießen bei mir auch weiter. Ich komm wieder raus. Oh, Mann. Wo sind die? Ist das feindlich. Ja, lass mal zur Raumstation da hinten fliegen. Sonst können wir das später nochmal machen. Zu der normalen Raumstation. Wo ist die? Warte, ich hab sie davor irgendwo gesehen. Ah, das ist hier. Hier müssen wir vorbei in dem... Das ist selbe da, gell? Ja. Raumstation, Ankunft eine Woche. Ich hab markiert, also komm los. Da müssen wir jetzt Zeug verkaufen. Und dann mal an die Basis fliegen. So, dann bist du da rüber. Alter, was hat er gerade für ein Viech? Komisches Geräusch gemacht. Was ist auf den Weg haben. Bis zum nächsten Mal. Bitte. Na bei der Knie. Tendlich. Ich hab die Knie.